Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In meinem heutigen Video werde ich die Excel 95 Challenge machen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt oder auch nicht, hat Excel 95 eine Challenge ins Leben gerufen, in der man versuchen soll, 6 Flaschen Müllermilch auf Ex-Wechseltrinkend. Es gibt dabei keine Zeitvorgabe, finde ich auch gut, so kann ich mir wenigstens etwas Zeit lassen. Denn ich glaube, innerhalb von wenigen Minuten schaffe ich die Flasche sowieso nicht auf. Und ich habe mir gedacht, ich versuche einfach mal die Challenge. Bevor ich damit anfange, will ich noch folgende 5 Leute grüßen. Grüße gehen raus an, wartet kurz, ich muss mal ablesen. Die Leute, die ich vorgelesen habe, werden dominiert, diese Müllerweg-Challenge auch zu machen. Also, ihr seid dominiert. So, wie dem auch sei, es geht los. Wie ihr seht, alle ist noch verschlossen. So, wie ihr seht, alle sind. So, wie ihr seht, alle sind. Nummer 1. Ur-Bananengeschmack. Gut, dass ich ein bisschen vorgesorgt habe, um den Geschwatt noch rauszukriegen. Leitungswasser. Nummer 2. Boah, ich wette, ich wette während des Videos bestimmt noch kotzen. Oder kurz davor sein. Unter-Bananengeschmack. Na gut, nicht weg, aber dafür verschluckt. Aber immerhin, Nummer zwei ist weg, zwar nicht weggehext, aber immerhin. Und ich glaube, ich bekomme langsam die Wagenverstimmung. So, ich unterbreche mal kurz. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich das nicht so schnell wegwechseln kann wie ein Excel 95 oder auch andere. So, ich bin mir jetzt sicher, ich schaffe die Challenge nicht. Ich weiß, ich zöge mir das ein bisschen wieder aus. So, es geht weiter mit Banane. Ich sage es euch, ich kann nicht essen. Aber war die Hälfte schon weg? Nummer drei. So, das sind jetzt 1,2 Nika, die ich schon getrunken habe. Weitere 1,2 Nika folgen noch. Einmal Edbeer, einmal Banane und einmal Schoko. Da reinfeier, werde ich die auch trinken, wenn ich heute noch dazu komme. Bevor ich gleich weitermache, jetzt erstmal noch eine Warnung. Und ihr solltet diese Challenge nicht nachmachen, denn andere YouTuber haben das auch schon gemacht und haben davor gewollt, dass man den schlimmsten Durchfall seines Lebens bekommen soll. Und ich denke auch, da ist auch wirklich was dran, mein Banan krummelt auch ganz schön. Also sollte ich jetzt oder in Kürze durch die Tür fluchtartig wegrennen, dann wisst ihr, ich habe Durchfall. Oder ich muss schmucken. Oder beides. So. Erdbeeren. Ich weiß, meine Sorten sind relativ monoton im Gegensatz zu den anderen YouTubern. Aber ich finde die normalen Geschmacksrichtungen, ich nenne die einfach mal normal, schmeckt einfach am besten. Ben. Boah. Ja, Milchgeschmack. Wieso habe ich mir nicht noch mehr vom Leitungswasser eingegossen? So, wieder die Hälfte. So, wieder die Hälfte. So, wieder die Hälfte. Oh, ha! Zwei sind noch. Ach komm, die werde ich hoffentlich schaffen. So, wieder die Hälfte. So, wieder die Hälfte. So, wieder die Hälfte. Das ist Fake. Ich muss jetzt nämlich ganz schnell ins Badezimmer. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh. 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 So, da bin ich wieder. Oh. Oh. Ich versuche noch zu essen, aber ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. So, dass ich noch das Ziel habe, immerhin noch die restlichen beiden Flaschen noch auszutrinken. Oh. 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 Ich sage es nur euch. Macht es bloß nicht nach. Auch nicht die, die ich dominiert habe. Macht es bloß nicht. Ihr könnt es ja machen, aber... Oh. 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 habe ich zum Glück noch nicht, aber eben gerade habe ich schon ganz schön was ins Klo hinterlassen. Mit dem Tast erspare ich euch. Nummer fünf. Oh, da ist da noch was drin? Oh, ein kleiner Schnurr. Nummer fünf. Den trinke ich jetzt aber nicht aus, er ist nur ganz kleiner. Oder? Doch, ich trinke den noch. Ich glaube nicht, ich habe jetzt schon zwei Liter Müller-Milch in den Tast. Boah. Ich glaube auch bei zwei Liter wird das bleiben. Jetzt ist mir gerade richtig schlecht geworden. Boah, schaffe ich noch das Nächste? Boah, nee. Bei den Gedanken wirken mir schon schlecht. Boah. So, ich verlasse euch noch mal ganz kurz. Ich muss nicht die Wasserflasche auffüllen. Go's, ich verlasse euch noch mal ganz kurz. Tja, 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 Tja So, hier bin ich wieder. Die Belange packe ich mal ganz schnell weg, aus der Sichtweite. Ich breche das Video jetzt ab. Ich habe gerade angefangen zu kotzen. Vielleicht merke ich mich morgen wieder und berichte euch, was ich den restlichen Abend noch erlebt habe. Aber immerhin fünf Stück habe ich geschafft. So, ich habe Angst, dass ich jetzt nochmal kotzen muss. Also bis zum nächsten Mal. Ohne Rülps.